herzlich willkommen zu einem neuen video von uns und zwar geht es darum wir sind wenn das kommt ist schon der erste tag theoretisch in welcher reihenfolge wird schon wird schon vielleicht ist der letzte ist ja wurscht aber ich glaube schon während wer ist es so kopfschmerzen aber das kommt in einem anderen wieder stimmt wir müssen ja noch okay vielleicht doch an dem ja okay heute geht es um ein m6 35 csi im prinzip der babo von allen e24 ihr habt oftmals nach unserem weißen wieder gefragt ganz ehrlich ich hatte irgendwie anlehnen weil das für mich jetzt wieder zu machen ja weil ich habe den ganzen tag um springt nicht so wie du nico die rechte hand ich laufe immerhin also der weiße ging weg das was jetzt reingefahren kommt ist nicht unserer ich wünschte es wäre unserer ist aber nicht unsere unser weißen das war so ein auto wo ich wo wir wirklich eigentlich nicht viel gemacht haben aber du hast viel geld reingesteckt und gemacht getan dann reparierst du das geht das kaputt reparierst du das geht das kaputt nun da kommt er schon du ich habe ja den weiß gehabt aber wie gesagt und ich habe von so vielen leuten gehört dass es einfach auch oder du hast auch mal sechster kappen mich warum hast du ihn verkauft weil das auto war ich finde sie auch immer noch schön von der form aber es kam eins ums andere also rost technisch nicht so aber technisch das ist es war bei unserem weißen weiß noch der weiße machen lassen das und an getriebe und dann habe ich da kommen weg mit dem teufel weil ja habe ich so nein weil ich hätte stand neun also ja dafür war das auto zu guten die kilometer zu wenig aber das problem ist beim also beim also zum beispiel ja ich habe mich an dem dann satt also die nase voll kaputt genau und jetzt wird keins mehr in frage kommen auch wenn ich motor umbau machen wird ich würde es nicht wollen bei dem auto oder allgemein also bei der baureihe also ich sage immer noch ich suche immer noch einen da kann ein bisschen rost haben da wird man ja alles noch mal frisch machen es geht nur darum dass ich da kein sauberes auto kaufe um den dann umzubauen weil das bullshit ist und der weiße war eigentlich sauber und auch vom kilometer leistung und so alles gut den hätte ich auch auf schalter umbauen müssen da war automatisch wäre auch nicht das große problem aber es ist schwierig so deswegen kommen wir wieder zu dem thema zurück gesucht bevor du wieder umschwenkst weißt du was dran war jetzt eigentlich am schluss automatik war kaputt das getriebe war kaputt definitiv und was war noch kabelbaum war irgendwas und irgendwas ich habe ich habe ich weiß es nicht mehr also ich würde gerne wieder einen nehmen der auch mängel hat der 3000 kilometer hat weil die technik mich in dem auto gar nicht interessiert außer die technik hier drin ist was anders ich zeige euch auch gleich was wir an diesem auto machen ist auf kundenwunsch das was wir im alltag machen fahrwerk und felgen felgen stecken wir jetzt von uns auf und wir kennen den kunden das heißt dieses auto wird auch auf den ps days sein bzw der war da ihr habt ihn gesehen wenn alles glatt läuft hier habt ihr ihn gesehen wenn ihr nicht gesehen habt weil wisst ihr dass nichts gelaufen ist also was er macht gewinnt der fahrwerk bestellen und zwar war dieses fahrwerk von kw direkt gar nicht lieferbar ist musste jetzt auch noch vor der messe passieren also was haben wir gemacht wir haben mit kw gesprochen die haben gesagt da gibt es eine firma rab automobiles rab automobiles sind spezialisiert auf reparaturen tuning retro fahrzeuge bmw modelle da können wir mal eine homepage oder so rab automobiles ja alles breitst du da alles kann das so dann so raus aus auf die du bist in den letzten drei wochen echt versaut geworden ist und sorgen mittlerweile irgendwas stimmt ja immer diese bewegungen den ja ja das heißt diese firma rad automobiles arbeit extrem viel mit kw zusammen und auch viel in der entwicklung das heißt die man ja ursprünglich fast nur solche sachen und die haben das fahrwerk auf lager gehabt vielen vielen dank von hier nochmal dass wir das gleich haben konnten gleich ist deswegen mit den schwarzen federn dass sie das so haben wollten weil die machen sehr viel und wir werden auch mal da hinfahren wenn man am besten wenn man die seite einblenden mal die autos auf der seite sind mal einblenden ist interessant auch für uns ich glaube dass der lack silberne e30 m3 auf der ersten motorschau bei kw warum kriegt man so ein fahrwerk heute nicht gleich aus dem grund weil das gleiche ist systemisch wieder wie beim e30 beim 34 m5 zum beispiel war es so auch alle 34 alle 34 und das ist jetzt steht da was drauf hat das problem eigentlich nur bmw oder auch anderen fahrzeuge damals ich wüsste jetzt nicht der alte opel vielleicht weiß ich nicht hier ist das problem dass dieser achszapfen fest verschweißt ist mit dem fehlerbein das ist ein originalteil sicher und das wird hier verschweißt doch opel hat es auch gehabt glaube ich diese ich weiß es nicht mal also es war viel bmw alte und das ding müsste man theoretisch dazu erst raus machen gut diese fahrer kriegen die jetzt auch wieder müssen sie ja im tausch ist geht es ja immer auch beim w30 ich bin gespannt wie weit er runter kommt und natürlich die felgen was jetzt gerade drauf sind noch mal nicht über diskutieren es sind hartgefägen es sind zeitlos schöne felgen ich weiß jetzt nur nicht ob der gab sie so oder oder sind das ja ich habe jetzt nicht gewusst welche welche breite hat gebaut hat welche größe welche breite er jetzt nur die größe ablesen wollen die größe ab für dich nur okay müssen wir hier öffentlich sagen oder war ja jetzt auch nur so drauf das ding soll ja hinterher mit unseren rädern da ein bisschen rumrollen wir können ja mal gruppen man nachher die breite messen ich kann ja auch die einpress tiefe messen was schätzt du jetzt aber so eine breite 10 10 10 1 halb sage ich auf jeden fall wir machen hier jetzt die gleiche kombi drauf im prinzip wie bei uns am e 34 mitte eine breitere backen weil der sechser hat glaube ich auch mehr luft also wir bauen jetzt gewinne fahrwerk rein und auch mal gut wir müssen dazu sagen haben auch besprochen dem kunde das ding zusammenzubauen weil das ding wurde ja im prinzip komplett noch mal neu aufgebaut ich wollte mal fragen hast du die teile die müssen wir alle wieder verbauen so dass er im prinzip komplett ist dann meine steht ja bei uns auf der messe da soll der schon schön das müssen auch noch aufbereiten oder ist ja so gut also ich sehe ich gehe nachher mit dem lappen schon drüber nein den muss man auf jeden fall noch putzen machen tun kannst du mal haube aufmachen ist schon offen das war jetzt im prinzip von kunden der das auto hat schnell abgeholt hat zu uns dass wir das schnell machen können deswegen machen wir den rest ursprünglich war anscheinend 3 8 soweit ich das jetzt noch im kopf habe der motor wurde normal aber aufgemacht wurde noch mal richtig herangenommen so dass der knapp unter 400 liegen soll das ding läuft auch abartig der soll dann noch später einen sechsgang kriegen weil der hat noch aktuell fünf ganz oder hat er schon sechs sechs also auf dem schaltknopf steht sechs muss man gucken auch stimmt weißt welches getriebe der hat aber das werden wir gleich sehen ich glaube ich glaube ich weiß welches ist das gute dann war so dass es auf sechs kann umgebaut ist da wird mir aber nichts machen ich frage ihn auch mal wenn wir von der messe zurückkommen ob wir dann auch mal vielleicht fahren dürfen er hat eigentlich sagt war einmal habe ich sagt nie ungern und wenn aber sich doch mach mal dann fahren wir dann auf jeden fall mal aber ich bin da echt gespannt was der so bringt aber auch cool dass er jetzt so details gemacht hat macht jeder ich kann mittlerweile alles so bestellen für die alten autos also fahrwerk raus machen wir die räder drauf machen die verkleidung drauf und dann sollte man dann auch mal waschen nico den innerraum hast du jetzt haben geschraubt ja das mit der dichtung die war schon so ich glaube nicht dass es so war ich muss mich ja wieder mich ja wieder rein machen auf jeden fall finde ich die innere ausstattung mega geil elektrisch rücksitze sowieso und hat eine geile ausstattung eigentlich gell auch also maximum oder wusste dass man die scheiben hinten runter machen kann ja kubel aber doch nicht aber blöd ist halt dass die cb-säule noch da ist stell dir vor die hätten es wie beim benz früher ohne tb-säule gemacht ich schwöre das ding hat noch mal 30 prozent mehr zuwachs über also was haben wir hier bordcomputer wir haben sitzheizung wir haben klimaanlage kurz lenkrad ich habe ich habe eine zweiteilung der teifel ist gerade draußen der hebt die kamera was ist das hier tempomat ja krass schieberdach haben wir gut der wurde auch schon restauriert wir müssen jetzt nur ein bisschen staub frei hier kriegen weil der ist ja ein bisschen noch staubig von außen so top vorne federbein ist drin michael ja vorne links muss man noch machen wir haben nur ich sage es euch offen ehrlich wir haben das irgendwie versäumt oder die michelle hat es verpasst ich weiß es nicht wir haben im falschen domlager für hinten da muss ich morgen früh gleich zum zum rab automobile und denn die domlage holen weil sie vom durchmesser zu klein und dann machen wir morgen früh die dinge rein und dann ist er eigentlich mit der rede weiß nicht immer schon mal gezeigt wie man et ausmessen tut und so alles glaube ich habe schon mal gezeigt weil auf den felgen jetzt wahrscheinlich so umgeschüttelte dinger sind das jetzt wahrscheinlich sind wahrscheinlich höchstwahrscheinlich umgeschüttelte dinger da weiß man jetzt ein et nicht weil wenn du ein außenbett wechselt in bett wechselt soll man das mal kurz zeigen oder soll man es im nächsten video mal zeigen schreibt einfach mal drunter wie man so eine felge wenn ihr zum beispiel die et jetzt nicht mehr sieht oder 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 erkennen können wie man sowas messen tut dann könnte man theoretisch auch gleich mit denen erklären wie man das hier quasi aus misst dass die felge auch runter passt was die maximalen maße sind das haben wir schon auch schon gezeigt wie man von welchem achsschenkel wohin et cetera bremse zum beispiel gebremskonturen ja genau aus müssen können wir auch mal im nächsten video machen machen wir vorne noch fertig so dass ich dann morgen früh gleich holen kann und dann sehen wir uns morgen früh eigentlich wieder weil wir dann die domlage hinten haben fertig machen aufräder drauf und raus das einzigste ding was ich jetzt sieht trotzdem nicht schlecht aus einem auto finde ich sind die scheinwerfer dass sie nicht schwarz gibt sie keine schwarze also beim e24 ist es mir nicht bekannt dass es schwarze scheinwerfer gibt ja aber gut könnte man machen ich verstehe es gegen die stv glaubst du ja warum das ist kein scheinwerfer aufmachen wobei ich jetzt bei dem auto gar nicht so schlimm finde weil sie auch im schatten steht so also hier die dicken augenbrauen hier und du hast es sehen die strikot ja die wüsche weißt du was vom e30 heute wert sind richtig viel geld hast nämlich schon mal gesagt okay gut dass es mir gemerkt dass ich finde das auto so was vor allem mit dem motor ja das ist schon heftig so ich bin bei rab automobiles habe hier domlage abgeholt und jetzt zeige ich euch ganz kurz mal was da alles so rum steht und eine frage an euch das könnt ihr jetzt mal in die kommentare eventuell mal reinhauen sollen wir hier noch mal vorbeikommen weil der rabat mir sowieso paar sachen gezeigt bis ein zwei autos wo sehr interessant sind wir kommen auf jeden fall vorbei die angucken wollte aber ein video dazu dass man auch ich komme mit dem audi zeige euch jetzt mal so was ja so rum steht und was da drin rum steht und alles was hier steht also 100 prozent restauriert also viel brutaler als bei uns da sind teilweise auch ganz andere motoren drin in solchen autos in e9 oder so mal ein m5 motor wenn ihr möchtet dass wir hier mal vorbeischauen bei rabat automobile schreibt es einfach in die kommentare so ich muss los mich erwarten auf domlage welche räder kommen da jetzt drauf die was wir seit gestern reden die war jetzt hat die domlage ab hier gesehen dass wir beim rabat waren da müssen wir auf jeden fall noch mal hin wie gesagt vergisst nicht in die kommentare rein zu schreiben ob ihr da bock drauf habt oder ob wir einfach nur hingehen unser geschäft dort erledigen wieder wegfahren ich finde als als 30 jahre young time old time bmw tuner ist interessant so wie es ausschaut sind wir viel zu hoch und ich brauche hinten doch mehr spurplatten ich bin gerade hinten bei 11 x 18 et minus 2,5 jetzt von oben mal guckt dieses rad immer noch so und vorne bei 10 x 18 auch et minus 2,5 muss jetzt im prinzip nur runter und dann kann man das eventuell können wir das auch so lassen eigentlich bräuchte noch einen schmaleren reifen aber ja kurz vor knapp kurz vor messe kurz vor ladung jetzt genug auf schmerzen gehabt eigentlich bereue ich schon die nächsten paar tage aber ich muss dadurch jetzt noch mal hoch noch mal runter schrauben und dann hinten noch dickere spurplatten drunter dann sind wir wahrscheinlich bei minus 10 minus 12 oder so und dann sehen wir weiter bis gleich also du hast 2 cm vordergrund geschraubt und ich habe hinten eine halbe cm runter geschraubt vorne das problem haben wir jetzt hier wieder weil er bei dem fahrwerk dass wir einfach wieder zu nah am federbein sind ich habe jetzt hier 22 spurplatten habe ich jetzt vorne verbaut das heißt wir sind bei minus 7,5 vorne et minus 7,5 und hinten habe ich jetzt 30 30er platten das heißt minus et 15 jetzt bin ich gespannt und also nur die seite ist jetzt runtergeschraubt das blöde ist wir fahren 10 zoll was soll da erlaubt sein 2 35 40 habe ich jetzt drauf das sinnvollere wäre vielleicht zwei 45 35 19 das ist so wie es jetzt ist es original abholumfang das was vorher drauf war war vom vom ding her nicht ideal aber bei diejenigen die das auto fahren ok wenn man natürlich einen auf stands machen wenn jemand auf die xs will und stands haben muss dann macht da keine ahnung auf eine elf zoll felge 225 35 18 oder sowas wir sind jetzt bei 265 35 18 wobei es sieht jetzt wir könnten noch aber die gewinne da keine luft bedenke ist dass das ja auch gut der kommt hinten rund aber vorne vorne ist schon ballon gellet und lob das einzige was wir jetzt noch machen können ist da waren ja auch den anderen rät auf der hinterachse waren 245 35 19 drauf 18 die was jetzt hier drauf haben ach so die reichen darauf das sind jetzt 10 zoll mit 235 40 jetzt sage ich euch mal die anderen warum 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 aufbauen weil es daheim gut weil es daheim gut weil wir geil gewesen aber der kommt mir trotzdem ein bisschen schmaler vorne so von der höhe nicht vom vom reichen oder ja der hat schon grübel jetzt was hast du ich habe nächsten diese ganze dünne war nicht mal ist gut habe ich auch schon mal gehört weil du sie gekauft hast oder beim verkaufen gesagt dass das ich meine besten reichen die in meinem leben gefahren sind die besten der autotransport ist schon dann übersetzen dann übersetzen hat er angst das sehen wir aber gleich im nächsten teil im nächsten video weil das nächste video wird nicht mit guter laune definitiv nicht weil die scheiße was im nächsten video läuft das ist jetzt kurz davor dass wir es erleben und wenn es nach hinten rollt dann geht er ab dann dann guckt man nach vorne noch ein bisschen schmaleren letzter tag war sie letzter tag wie viel jetzt letzte minute ich hatte dass keine sturzumlage vorne drin sind da hätten wir noch ein bisschen tricksen können nein darum geht es ja auch nicht wir wollen denn jetzt so piano haben so dass es auch dem kunden hinter auch gefällt dann machen wir das natürlich anders mit anderer dimension an räder dass das problem behoben ist es geht ja nur darum dass der kunde ist auch sieht vielleicht auf dem messer und sich genau so wollte ich es dann wissen wir okay und so ist jetzt nicht übertrieben also wenn jetzt luft hätte ich würde komplett drüber gehen unterschieden 245 35 19 auf 10 zoll locker 235 40 war dieser mann hat jetzt die reifen ich weiß nicht welchem loch du dir jetzt rausgeholt ist wieder von meiner eigenen aber immer wieder rettet er uns den arsch immer wieder weil hier während wir reden läuft es bei ihm schon das ist vorbild der nico nein nico erzählt mir aber gerade was anders was heute nacht passiert ist ja war aber schön was war schön die stimmung was die stimmung weil ich bei wem nur bei dir so egoisten schwein warum nur bei dir egal was machen wir jetzt runter schrauben wir müssen uns jetzt auch entschuldigen weil sie also wissen kaotisch aussieht weil jetzt wieder für messer wieder 40.000 autos wieder auf einmal bewegt werden gut zieht tut jetzt ruft er wieder von der spätion ja zurück in der zukunft zurück in der zukunft wir haben in 30er platten meine damen und haben vorne 22,5 25 25 willst du noch kurz wissen was wir gerade sehen die leute denn stress sehen die leute hinterher machen jetzt den schluss davon und dann seht ihr im nächsten video was für eine geburt wir hinter uns hatten das heißt ich mache jetzt auch nichts mehr ich wir lassen jetzt so das ist ich sag mal für den vernünftigen herren da draußen wie bei mir würde ich das sagen als man könnte theoretisch auch her gehen hinten könnte man auf jeden fall noch ein bisschen runter und vorne im prinzip innebett jetzt wenn man andere natürlich haben die zweiteiligen haben schmalere felge vorne dann haben wir mit dem federbein kein problem das heißt wir müssen nicht mehr spurplatten hinterlegen und dann ist es auch besser könnt sogar vor noch ein bisschen runter vorne ging sogar noch der fünf zentimeter noch sechs zentimeter vorne restgewinde hinten anschlag hinten können auch plan b machen zum beispiel genug zu diesem auto ich feiere das auto ohne hände wir müssen noch die sitze rein legen und dann ihr fall jetzt wahrscheinlich gerade auf der messe auch wenn alles gut geht machst du noch in einem kopf in dem dreckigen zustand also ich wünsche euch was ciao und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020